Als nächstes machen wir den Stoß zweier Scheiben, die aneinanderstoßen in einem Punkt, wobei aber die Stoßkraft auch durch die beiden Schwerpunkte gehen soll. Und beide Scheiben sollen nun Geschwindigkeit haben, also Stoß zweier Scheiben, ihre Massen sind M1 und M2. Die Massen M1 hat also die Geschwindigkeit V1, ihr Richtungswinkel gegenüber der X-Achse ist V1, die Massen M2, V2, V2. Die beiden Scheiben mit ihren Schwerpunkten, Mittelpunkten, wobei der Berührungspunkt der beiden Scheiben, auf der Verbindungslinie ihrer Schwerpunkte liegt. Und die Normalebene dazu, die ist unter dem Winkel Alpha geneigt. Also Winkel Alpha der Tangentialebene im Berührungspunkt. Und die Kraft wirkt normal zur Ebene, also in der Richtung En dann, während die Richtung der Ebene durch Et gegeben ist. Das heißt, der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt, kein Reibungsstoß. Und das ist ein zentraler Stoß, weil die Stoßkraft jeweils durch den Schwerpunkt hindurch geht. Die Richtung der Geschwindigkeit V1 durch V1 gegeben. Die Richtung der Geschwindigkeit V2 durch den Winkel V2 gegenüber der waagrechten X-Richtung. Die Kraft wirkt im Berührungspunkt. Sie ist ja die Kontaktkraft mit Actio-Reactio. Sie wirkt nach links oben auf die Masse M2, nach rechts unten auf die Masse M1 in gleicher Größe. Und geht durch den Schwerpunkt hindurch. So ist eine innere Kraft. Und ihre Wirkungslinie der Kraft in der Verbindungslinie der beiden Schwerpunkte. Auf die Weise ist es eine Drehung vermieden. Und es ist quasi ein zentraler Stoß. Der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt. Wir führen also die Einheitsvektoren, die Richtungen in der Richtung der Tangente mit ET und in der Richtung der Normalen mit EN ein. Und können jetzt die Komponenten der Geschwindigkeit vor dem Stoß anschreiben. V1 in Richtung N. Das ist V1 mal. Wir sehen den Winkel gegenüber der Richtung ET. Das ist der Winkel V1 minus Alpha. Und davon muss man jetzt die Sinuskomponente nehmen in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Komponente der Geschwindigkeit in Richtung der Kraft. Ich projiziere das jetzt hier rein. Und habe auf diese Weise die beiden Komponenten. Nämlich V1N ist V1 mal Sinus Phi 1 minus Alpha. Die Komponenten der Geschwindigkeit in Richtung N. V2N zerlegt in die beiden Komponenten. V2N ist die Komponente in Richtung der Normalen. V2 Sinus Phi 2 minus Alpha. Und natürlich muss V1N größer V2N sein. Sonst findet ja kein Stoß statt. In der Tangenten Richtung ET die entsprechenden Kosinuskomponenten. V1T und V2T. Also in Richtung der Tangentialebene. V1 Kosinus Phi 1 minus Alpha. Und V2 Kosinus Phi 2 minus Alpha. Da in der Richtung der Tangente keine Kraft auftritt. Bleibt ja der Impuls erhalten. Das heißt es tritt keine Geschwindigkeitsänderung ein. Es müssten also die Geschwindigkeiten nachher in Tangentenrichtung die gleichen sein. V1T ist gleich W1T. V2T ist gleich W2T. Geschwindigkeiten bleiben in Tangentenrichtung erhalten. Der Stoß findet nur in der Richtung EN statt. Die Stoßziffer bezeichnen wir mit Epsilon. U sei die gemeinsame Geschwindigkeit in der Stoßrichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also der Impuls hat es anzuschreiben in den beiden Stoßperioden für beide Körper. In der ersten Periode, Räume 1, da ändert sich die Geschwindigkeit von V1N auf die gemeinsame Geschwindigkeit U. Also Ende der ersten Periode, die Geschwindigkeit U minus V1N in Folge der wirkenden Kraft minus F in der Richtung EN ist ja die Kraft minus F. Das Integral minus F dt, das ist das S1, der Stoßantrieb in der ersten Periode. Auf die Masse M2 wird die Kraft F in der positiven EN-Richtung wirken. Geschwindigkeit nachher ist die gemeinsame Geschwindigkeit U, die Geschwindigkeit vorher war das V2N und die Änderung des Impulses erfolgt durch den Antrieb S1 in der positiven Richtung. Wenn man die beiden Gleichungen addiert, fällt das S1 raus und man kann die gemeinsame Geschwindigkeit berechnen, nämlich dass der Impuls erhalten bleibt in der ersten Periode. Der Anfangsimpuls war M1V1N plus M2V2N und der Impuls dauer ist die gemeinsame Geschwindigkeit mal M1 plus M2. Da kann man also durch M1 plus M2 dividieren, dann hat man die gemeinsame Geschwindigkeit. Und damit kennt man natürlich auch das S1. In der zweiten Stoßperiode wiederum Impulsatz für die Masse 1, Geschwindigkeit am Stoßende minus M2V2N und der gemeinsame Geschwindigkeit ist der Stoßantrieb in der zweiten Periode. Dieses Minus S2, weil es ja wieder gegen die Richtung N wirkt und für die gestoßene Masse die Geschwindigkeit nachher in der N-Richtung minus die gemeinsame Geschwindigkeit ist plus S2. Das sind jetzt insgesamt vier Gleichungen für fünf Unbekannte, nämlich die drei Geschwindigkeiten, könnte man sagen, und die zwei Stoßimpulse. Und wir brauchen jetzt noch die fünfte Gleichung. Das ist die Stoßhypothese, die aussagt, dass der Stoßimpuls in der zweiten Periode proportional dem in der ersten gesetzt wird mit der Stoßziffer Epsilon. Damit haben wir jetzt fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten und können die Geschwindigkeiten nach dem Stoß V1V2N berechnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Um die Geschwindigkeiten nach dem Stoß auszurechnen, muss man also jetzt das U eliminieren bzw. das S2 durch S1 ersetzen und auch das U hier einsetzen. Und dann kommt man im Grunde zu den Geschwindigkeiten nach dem Stoß V1N und V2N. Also die Geschwindigkeit des stoßenden Körpers nach dem Stoß ist gleich der Geschwindigkeit in der Richtung N vor dem Stoß. Die Ursache für die Geschwindigkeit ist die Masse M2, das ist so wie bei den zentralen Stoß zweier Maßenpunkte, dividiert durch die Summe der Massen. Dann kommt die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit wird kleiner, darum muss da vorne das Minus sein. Und beim gestoßenen, beim gestoßen, beim gestoßen, beim zweier Geschwindigkeit vorher plus, weil hier die Geschwindigkeit ja größer wird. Die Ursache für das Größerwerden ist eben der Stoß vom 1er Körper, genau wie der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß in der normalen Richtung mal 1 plus Epsilon. Also der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt und man kann daher also in der Richtung einfach die Gleichungen für den zentralen Stoß verwenden. Wenn man nun die beiden Gleichungen subtrahiert, wird die Differenz der Geschwindigkeiten der beiden Körper nach dem Stoß in der normalen Richtung ausrechnet. Das heißt, das ist gleich die Differenz der Geschwindigkeiten vorher plus und jetzt muss man da noch hinaus subtrahieren, das heißt, es wird da oben auch ein plus werden. Dann muss man die beiden Maßnahmen M1 und M2 wieder addieren. Oben und unten steht auch M1 plus M2. M2.